Als RKB blicken wir auf eine über 125-jährige Tradition zurück. Aus der ArbeiterInnen-Sportbewegung entstanden, verstehen wir uns bis heute als Förderer für eine sinnvolle Verbindung zwischen Sport, Kultur und Politik. Damals wie heute herrscht in vielen Teilen unserer Gesellschaft eine ungleiche Machtverteilung der Geschlechter. Deshalb wollen wir der strukturellen Benachteiligung einzelner Geschlechter im Büro, in der Familie oder beim Sport mit Aufmerksamkeit und Initiative begegnen. Wir setzen uns ganz bewusst dafür ein, dass es innerhalb unserer Vorstände eine bessere Durchmischung der Geschlechter gibt. Außerdem ist unsere Bundesbeauftragte für Gleichstellung, Bindeglied und Initiatoren, um aufzuklären und geschlechtsspezifischer Diskriminierung entgegenzuwirken. Gemeinsam, gleichberechtigt auf Augenhöhe zu arbeiten und zu trainieren, ist ein großes Ziel des RKB. Eine weibliche Doppelspitze in unserer Soli-Jugend trug ebenfalls zu diesem Ziel bei. Auch innerhalb unserer Sportarten, wie dem Kunstradfahren, trainieren Frauen und Männer gemeinsam, um an ihren sportlichen Zielen zu arbeiten. Wir haben in den letzten Jahren schon viel geschafft. Dennoch ist Sexismus noch immer unter uns. Lasst uns gemeinsam hinschauen, hinterfragen und aus einem Du und Ich ein Wir machen. Begleite uns auf unserer Reise, gestalte mit und werde Teil der Veränderung.